Wie kommt man eigentlich auf die Bühne? Es gibt vier Kuratoren und wir in der Summe kennen natürlich sehr viele Zeitschriften und Zeitschriftenmacher. Es kann aber auch sein, dass Florencia Serrott bei Independent eine Idee hat. Oder es kann auch sein, dass man einen Brief bekommt von Magazinen, die wir natürlich noch nicht kennen, neue Projekte. Wir haben in einer Kooperation zwischen FRO, das ist ein Magazin, und dem Goethe-Institut Georgien eine Summer School in Tiflis durchgeführt. Das dabei entstandene, ich kann es nicht aussprechen, das Magazin, schicke ich Ihnen, weil ich weiß, dass Sie Magazine sammeln und so weiter. Aber auch hinter dieser Produktion viele Geschichten und Erlebnisse stehen, die uns sehr am Herzen liegen. Wir haben in Georgien viele junge Künstler kennengelernt, die sich für die Zukunft ihres Landes einsetzen und ihre Arbeiten immer in einem größeren sozialen Kontext sehen. Gemeinsam mit einem Team aus drei deutschen Journalisten, Fotografen, Gestaltern und 20 georgischen Studenten haben wir eine Stadt porträtiert, die in der Spannung zwischen ihrer sowjetischen Vergangenheit und einer gestaltbaren Zukunft steht. Im Übrigen ist das Heft in zwölf Tagen und damit unter größtem Zeitdruck entstanden. Alleine der heiße Ritt auf einer alten Heilberger Druckmaschine, nur kurz unterbrochen durch einen Tag Stromausfall, ist eine eigene Geschichte. Sie sehen am leicht verschmierten Cover, dass der erste Schwung Hefte, der uns am Abend der Release-Party erreichte, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren war. Vielleicht würden Sie sich freuen, wenn wir das Magazin auf der Quethe vorstellen können. Ja, ich freue mich, wunderbar. Sie haben Ihren Kölner Karneval verlassen und sind extra hierher gekommen. Ich begrüße euch beide. Danke. Applaus Vielen Dank, Horst. Wir freuen uns auch sehr. Wir sind dem Ruf gefolgt, den auch Katharina Gschwendner vernommen hat, den Ruf des Goethe-Instituts. Und der hat uns letztes Jahr nach Georgien geführt. Uns, das sind, bin ich, Sebastian und Klaus, der gleich noch kommt. Und was wir da erlebt haben in den drei Wochen, das wollen wir euch gerne erzählen. Und gute Geschichten sollte man ja niemals am Anfang beginnen, sondern irgendwo im letzten Drittel, so kurz vor dem Klimax. Deswegen beginnt unsere Geschichte auch irgendwo im Kaukasus. Tiflis liegt 150 Kilometer am Landesinneren. Das ist die tschetschenische Grenze, nicht weit weg, zehn Kilometer entfernt. Wir befinden uns in einem kleinen Grenzort. Die Menschen hier fahren Lada Niva oder reiten lieber direkt auf Pferden. Am Fuße, dieses Dorf liegt am Fuße eines heiligen Tafelberges, der sich allerdings seit unserer Ankunft in Nebel versteckt. Und Klaus und ich sitzen in einer, ja man muss glaube ich sagen, Taverne und zählen die Zeit runter. Ein kleiner, warmer, überheizter Ort mit holzvertäfelten Wänden. Neben uns sitzen Mädchen mit traurigen Augen, die eine textmarkerfarbene alkoholische Flüssigkeit zu sich nehmen und später noch tanzen. Und ja, wir sitzen da und zählen die Zeit runter. Es sind unsere letzten beiden Tage in Georgien. Und die ersten beiden Tage, die wir in diesen drei Wochen, die wir da waren, frei haben. Morgen um diese Uhrzeit würde unsere Release-Party sein. Allerdings nur, wenn die Druckerei pünktlich liefert. Danach geht es zurück nach Deutschland. Wir sind also an dem Punkt, den jeder, der mal ein Druckerzeugnis zu verantworten hatte, kennt. Den Druck an dem Punkt, an dem man eben nicht mehr weiterschieben kann. Vor uns steht ein Teller, Rinkali. Rinkali sind eine Mischung aus Maultaschen und Knödel, wobei das nur sehr unzureichend beschrieben ist, weil Rinkali sind wahrscheinlich das leckerste Essen der ganzen Welt. Es gibt sie mit verschiedenen Füllungen, zum Beispiel Pilzen, Hackfleisch, Käse. Und das Besondere daran ist, dass man eigentlich nie so genau weiß, welche Version man gerade vor sich hat. Ich persönlich war 16 Jahre Vegetarier, bevor ich nach Georgien gekommen bin. Jetzt zähle ich wieder von vorne. Aber damit sind die Rinkali vielleicht auch eine schöne Allegorie für Georgien, so wie es sich uns als Ausländer dargestellt hat. Man weiß eigentlich nie so genau, was einen erwartet, aber es wird immer unglaublich gut. In diesem Moment klingelt das Telefon. Die Druckerei ist dran. Klaus geht nach draußen, telefoniert. Ich sehe ihn so vor den Fenstern hin- und herlaufen. Und wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Ich weiß, dass er, wenn er etwas Nervöses oder was Unfeuergesehenes passiert, sich seine Haare zu so kleinen, lustigen Antennen dreht. Und als er wieder reinkommt, zähle ich drei Antennen. Und er sagt mir dann, wir haben einen ganzen Tag verloren. Wir konnten heute nicht drucken, denn es gibt manchmal Stromausfälle in Tieflist. Das wussten wir nicht. Jetzt muss man dazu wissen, bei Druckerei kommt bei euch ein bestimmtes Bild in den Kopf. So sah unsere Druckerei aus. Natürlich, bitte nicht falsch verstehen, es gibt auch in Georgien sehr hochmoderne Druckereien mit hochmodernen Vierfunkfahrtmaschinen. Aber wir sind irgendwie bei diesem kleinen Traditionsbetrieb gelandet, haben uns sofort in diese alte Heidelberg verliebt. Und sie steht übrigens, das gleiche Modell steht bei Boris Kochhahn im Backoffice, habe ich gestern gesehen. Hat uns alle kreativen Freiräume ermöglicht. Ein paar Seitenwechsel, kein Problem. Sonderfarben, kein Problem. Ausklapper, alles kein Problem. Nur ein bisschen mehr Zeit muss man eben mitbringen. Das Einzige, was wir nicht hatten. Wie sind wir aber überhaupt hierher gekommen? Ich gehe mal ein Stück zurück. Normalerweise machen wir ein Magazin in Köln, ein Gesellschaftsmagazin mit dem Titel Froh. Inzwischen gibt es die zehnte Ausgabe. Liegt auch da vorne, könnt ihr gerne alle kaufen. Und wir hatten einmal einen Autor, der uns einen wunderschönen Text geschrieben hat über das Lesen an seltsamen Orten. Und dieser Autor war Stefan Wackwitz, damals Leiter des Goethe-Institutes in New York. Und irgendwann rief er uns an und sagte, ich gehe jetzt an den schönsten, aller seltsamen Orte nach Georgien. Wollt ihr nicht mal kommen und wir machen was zusammen? Und im letzten Jahr sind wir darauf zurückgekommen. Wir haben gerade an einem Heft gearbeitet, das Bewegung hieß. Und irgendwie kam uns die Gelegenheit, ganz gut zu passen, dass wir sozusagen die komplette Redaktion an einen anderen Ort verlegen. Das fanden wir konzeptionell total überzeugend. Und im Übrigen hatten wir das Gefühl, wir könnten vielleicht ein bisschen Fahrt aufnehmen für unser eigenes Heft. Die Anfrage von Stefan war eben, kommt doch her und macht ein Seminar über Magazine und über Self-Publishing. Dann haben wir ein bisschen geschaut, mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun? Wer sind die Künstlerinnen und Künstler vor Ort? Und wir haben gemerkt, dass es junge Menschen sind mit einer unglaublichen Power auf einem unglaublich hohen Niveau. Menschen, die ja auch Gesellschaft verändern wollen, die also immer auch sozusagen einen gesellschaftlichen Gestaltungsauftrag verspüren. Da haben wir uns sehr wieder drin gefunden. Und dann haben wir gemerkt, wir können kein Seminar über Magazine machen, wir müssen ein Magazin machen. Der Zeitplan stand fest. Drei Wochen hatten wir Zeit. Und deswegen muss das alles etwas schneller gehen. Ja genau, und dass das Thema Bewegung eigentlich sehr gut zu Tiblissi und besonders zu Georgien passt, das haben wir schnell festgestellt, weil Georgien einfach ein Land ist, was immer schon durch die Jahrhunderte eine sehr bewegte, außerordentlich bewegte Geschichte hatte, weil es im Spielball zwischen den Nachbarmächten, dem Osmanischen Reich, Russland, von allen Seiten von den Persern im Prinzip Spielball war. Und natürlich gab es vor knapp 25 Jahren die Rosenrevolution, wo die Unabhängigkeit erreicht wurde von Russland. Aber auch danach gab es immer wieder Bewegungen und Gegenbewegungen, die ganz radikale Machtwechsel zur Folge hatten. Und das passte sehr gut zum einen. Zum anderen spielt auch das Thema Verkehr irgendwie eine besondere Rolle in Tiblissi. Tiblissi, weil wir haben zum Beispiel dieses schöne Gebäude gefunden in der Vorbereitung. Ich bin eigentlich Architekt, deswegen fand ich es super, dass das Verkehrsministerium untergebracht hat. Super Lösung. Jetzt ist da eine Bank drin. Und auf den Seiten des Auswärtigen Amtes haben wir diese, die einzige Reisewarnung gefunden für Georgien, die schlechten Straßenverhältnisse außerhalb der Hauptstrecken im Landesinneren, der schlechte Zustand vieler Fahrzeuge und die von in Deutschland gängigen Verkehrsgewohnheiten abweichende, teilweise aggressive Fahrweise, bringen erhöhte Unfallgefahren im Straßenverkehr mit sich. Das haben wir erstmal wahrgenommen, aber haben dann gemerkt, dass es tatsächlich stimmt, als uns dann einer unserer Teilnehmer im Seminar das wesentlich einfacher auf den Punkt gebracht hat, indem er uns gesagt hat, never trust the zebra. Er meinte damit die Zebrastreifen und hat uns gesagt, ihr müsst den Leuten immer wirklich in die Augen gucken. Wenn ihr über die Straße geht, guckt den Leuten in die Augen, sonst schafft ihr es nicht. Und es war wirklich so. Das andere ist Ben Knight, ein Redakteur, der auch noch eine Woche da war. Und wir hatten teilweise tatsächlich Todesängste auf diesen Straßen. Wir haben es aber dann geschafft. Wir waren natürlich auch insgesamt ein bisschen immer in Eile, weil wir normalerweise brauchen wir für so ein Magazin, was wir da machen, so ungefähr vier Monate insgesamt vom Kick-Off zum Release. In dem Fall hatten wir, wir waren zwar gute drei Wochen da, aber wir hatten für unser Magazin, dass wir da mit den Studenten und den Teilnehmern da vor Ort Künstlern machen wollten, eben nur zwei Wochen. Also das war schon mal eine besondere Herausforderung. Ja, wie geht das also? Wie kann man sowas vorbereiten? Einmal muss man sagen, dass die Arbeit selbst sehr, sehr entspannt war vor Ort. Es war immer unglaublich warm, deswegen mussten wir unglaublich downshiften die ganze Zeit. Wir haben unter einem Himmel aus Weintrauben gearbeitet, wo allerdings auch kleine Vögel wohnten, die diese Weintrauben aßen und immer mal nach unten ausschieden. Jeden hat es eigentlich mal erwischt. Ja, und wir haben uns im Prinzip so, es war uns sehr wichtig, dass wir mit keinen fertigen Konzepten anreisen, natürlich auch mit keiner fertigen Idee, sondern wir haben nicht viel mehr vorgegeben als den Titel Moving Tbilisi, das war ein Arbeitstitel aus unserer Sicht, der konnte in alle Richtungen interpretiert werden und haben eben versucht, uns als Keeper des Time Schedules zu verstehen und wirklich zu gucken, dass wir alles schaffen, dass wir am ersten Tag ein gutes Kick-Off haben, dass wir irgendwann die Arbeiten präzisieren, dass wir in Schulterblicke gehen und Redaktionsrunden haben, dass wir einen Seitenbelegungsplan entwickeln. Und diesen Prozess hatten wir vor Augen. Den Rest wollten wir offen lassen, aber trotzdem war es uns natürlich wichtig, gewisse Tools zu haben, so eine Art Methodenkoffer, um wirklich Sachen herauszufordern, weil ihr kennt das vielleicht aus eurer eigenen Arbeit, die Dinge, die man nicht geplant hat, die machen eigentlich das im Magazin am Schluss erst spannend und deswegen wollten wir eben auch Freiräume lassen. Und verschiedene Methoden, die wir da mitgebracht haben, haben wir aus unserer eigenen Arbeit mal festgehalten. Ein Beispiel zum Beispiel, wir haben mal ein Heft gemacht, das hieß Spiel und seitdem wissen wir, dass wir, noch fünf Minuten, okay, wir werden leicht überziehen, ich bin gespannt, was nach der letzten passiert. Wir haben ein Heft namens Spiel gemacht und seitdem wissen wir, dass man Zeit zum Spielen braucht, gerade wenn man wenig Zeit hat. Dann haben wir so kleine Appelle geschrieben, das war eine Idee, die gab es auch schon mal auf einer Website namens streetphotography.com und solche Appelle wie zum Beispiel, steige in einen Bus, fahre an das Ende der Linie und laufe nach Hause oder folge einem Tier. Solche Dinge kann man sozusagen in die kreative Arbeit implementieren. Wir haben das am Anfang ausgeteilt, dann hat man nie wieder was davon gehört und eigentlich haben wir erst in Deutschland gemerkt, dass wirklich sehr viele Studenten sich auch darauf bezogen haben. Dann haben wir natürlich sehr viele Anschauungsmaterialien mitgebracht. Wir haben so diese kleine Angewohnheit, dass wir, wohin wir auch gehen, 20 Kilo Magazine mitnehmen müssen. Horst, du kennst das. Nach Georgien ist das ein teurer Spaß. Was man da mitnimmt, diese Entscheidung trifft, am Ende natürlich die Küchenwaage, das ist vom Abend vor dem Abflug. Aber trotzdem haben wir es geschafft, immerhin sicherlich 60 bis 70 Titel mitzubringen und haben so ein kleines, konstantes Magazinmuseum aufgebaut, was stark frequentiert worden ist, hier so der erste Tag. Man muss dazu sagen, dass es in Georgien keine Self-Publishing-Szene, so wie wir sie hier heute erleben, gibt. Es gibt quasi eigentlich kein Independent-Magazin dort. Wir waren die zweite Nummer. Das erste Magazin, was es dort gab, Independent, hat einer unserer Studenten ein Jahr vorher gelaunt. Deswegen war das für uns natürlich, das war uns vorher nicht so bewusst, aber natürlich nochmal besonders schön, einfach auch so viele Sachen dabei zu haben. Wir haben das in der täglichen Arbeit benutzt, haben zum Beispiel Votings gemacht, wenn es darum ging, wie groß soll das sein, wie soll sich das eigentlich anfühlen, von klein zu groß. Hier sieht man, dass wir so Papierkügelchen hingelegt haben. Wir haben verschiedene Pole gewählt, keine Ahnung, konzeptionelles, streng geschlossen oder eher offenes Konzept, keine Ahnung, Finanzierungskonzept, Selbstausbeutung versus Eigentumswohnung verwendet. Solche Sachen, da konnten die Studenten sich dann verorten. Oh, das ging aber schnell. Ein weiteres Tool, das wir auch bei uns selber, bei unserer Arbeit immer verwenden, ist natürlich die Spurensuche. Das kann man dann im Antivariat machen oder in dem Fall auf dem Flohmarkt, um solche Dinge zu finden. Aber in dem Fall konnten wir auch in die National Scientific Library besuchen, die ein großes Archiv hat, weil sie auch in Sowjetzeiten im Prinzip Zugang zu allen Medien hatte. Und da haben wir dann solche einfach schönen Dinge gefunden mit der georgischen Schrift drauf und durften sogar in den Lesesaal, wo gerade so ein bisschen umgeräumt wurde oder aussortiert, wo man dann auch solche Titel findet aus Nordkorea, hat man ja sonst auch nicht so oft hier, dass man sowas findet. Und wir waren total begeistert von diesen ganzen alten Dingen und haben gleich einen Mitgliedsausweis gemacht und ganz viel ausgeliehen und haben aber festgestellt, dass im Prinzip dieser Retro-Blick, den wir halt hier immer so gerne machen haben, auch dieser romantische Blick nach hinten, eigentlich bei den Studenten gar nicht so, die konnten das gar nicht so nachvollziehen, weil für die natürlich eben diese Bilder eher oder vielleicht auch noch die Bilder aus der Zeit davor oder eben vor sechs Jahren gab es eben noch gerade ein Fünf-Tages-Krieg, wo georgische Städte bombardiert worden sind, wo auch eine Studentin herkam von unserem Seminar. Das heißt also, die Studenten haben eigentlich eher nach vorne geblickt und das war für uns eine interessante Erfahrung. Ich bin noch weiter. Also das andere natürlich, was wichtig war, auch für die Identität, ist zum einen die georgische Sprache natürlich und die georgische Schrift, die irgendwie auch sehr ungewöhnlich ist. Ich habe die vorher auch nie gesehen, ein Freund von uns hat die zerhackte Regenfurma genannt, wo irgendwie auch was dran ist. Mich hat es ein bisschen ans Thailändisch erinnert, weil ich ja immer da länger war und ein bisschen vielleicht ans Griechische und es ist tatsächlich so, dass es so eine Mischung aus dem Griechischen kommt und aus dem Aramäischen als Vorläufer. Es hat ganz kurz nur, also es ist auch eine Alphabetenschrift mit einem Buchstaben pro Laut und umgekehrt und es hat aber ein paar mehr Buchstaben, nämlich 33, weil es 28 Konsonanten hat. Es kann im Georgischen tatsächlich auch sein, dass bis zu sieben Konsonanten hintereinander vorkommen und auch noch ausgesprochen werden können irgendwie. Deswegen ist das auf unserem Cover auch, haben wir ein paar Konsonanten mehr. Und eigentlich ist es aber einfach, das auch zu transkribieren. Manchmal ist es komplizierter, wie dieses Beispiel, das sind zwei Buchstaben, die ich geschenkt bekommen habe für meine beiden Söhne. Links, das ist ein T für meinen Sohn Tom, das ist ganz einfach. Für meinen kleinen Sohn Fritz habe ich allerdings ein behauchtes P bekommen, weil man in Georgien Pritz sagt. Das war zum Beispiel etwas ungewöhnlich. Noch ganz kurz, es gibt natürlich auch verschiedene Schriftarten da in Georgien, also sowas Antiquamäßiges, wie man es da in der Mitte sieht, so eine Buchschrift mit mehr Kontrast und lineare Schriften mit weniger Kontrast und vielleicht eine Besonderheit, es gibt sozusagen keinen Unterschied zwischen klein und Großschreibung, aber es gibt eine Versalschrift, wo Ober- und Unterlängen eingefügt werden in diese Versalhöhe. Und vielleicht auch, es gibt eben auch so ähnlich wie es keine große Magazinszene gibt, gibt es eben auch keine große Typosszene, weil es nur vier Millionen Einwohner gibt. Es gibt insgesamt auf der größten Seite 774 Schriften im Vergleich zu 160.000 bei Frontshop. Also es gibt da noch Entwicklungspotenzial und genau. Solange noch kein Schild hochgehalten wird. Drei Minuten brauche ich noch, Entschuldigung. Ganz kurz. Das Heft heißt Maguari, es ist wirklich schwer auszusprechen, es ist der Name des Flusses, der durch alle drei Orte fließt, in denen wir gearbeitet haben, das war eher ein Zufall, wir fanden dieses Gefühl der Unterströmung sehr schön. Was drin ist, kann ich euch vielleicht gleich auch im Anschluss noch zeigen, wir haben ein paar Hefte mit, es gibt in Deutschland nur ganz wenige, ich blätter mal so ein bisschen durch, sehr schöne Fotografien, wie ich finde, hier eher so Ready-Found, und hier Geschichten auch wirklich dahinter reportagemäßig eher aufbereitet. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die auch in der kurzen Zeit entstanden ist. Da geht es um den Rostavi-Subaru-Club, also Jungs, die aus Rostavi kommen, das ist ein kleiner Vorort, oder ein großer Vorort eigentlich, eine Trabantstadt, wo man noch viel schlimmere Dinge tun kann als Jugendliche, als Subarus zu sammeln. Und das zeigt ganz schön, dass unsere Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir zu tun haben, immer ein großes Herz hatten für soziale Engagements. Die waren entweder Teil ihrer Kunst, einer hat zum Beispiel einen ökologischen Acker aufgebaut, oder sie haben sie mit ihrer Kunst vorgestellt. Und das ist, denke ich mal, auch ein schönes Beispiel für diese Arbeit. Das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen. Die Idee, dass man in ein Taxi steigt, um eine Stadt zu erkunden, ist journalistisch nicht besonders neu. Dieses Mädchen hat allerdings so ein File-Tracking, so ein Profiling-Programm vom FBI dabei gehabt und hat die Taxifahrer nach den Frauengeschichten interviewt und hat gleich so ein Phantombild angefertigt. Und es gab, ich finde, sehr, sehr, auf einem sehr hohen Niveau eben gestalterische und auch Zeichnungen. Hier hat sich halt eine die Träume ihrer Freundinnen gezeichnet. Wenn man als Ausländer einen Rinkali isst, dann nimmt man ein Messer und eine Gabel, schneidet ihn in der Mitte auf und dann verliert man den Saft und der schmeckt eigentlich gar nicht mehr, höchstens noch so gut wie eine Maultasche. Wenn man einen Rinkali richtig essen will, dann muss man oben rein, pieken, unten anbeißen und dann den Saft trinken und den Rinkali essen, was immer auch drin sein mag. Wir sind also am nächsten Morgen in den Bergen aufgestanden, der heilige Tafelberg war immer noch im Nebel, sind zurück in die Stadt gefahren und wir wussten, wir können das Ding eigentlich nicht mehr rocken. Wir werden jetzt irgendeinen scheiß Digitaldruck machen und den hochhalten und dann möglichst lautlos nach Deutschland verschwinden. Dann sind wir in unsere Druckerei gefahren und da haben wir eine kleine Überraschung erlebt, da waren nämlich unsere Studenten und haben Papier sortiert, die treue Heidelberg hat die ganze Nacht durchgedruckt und auf einmal waren wir wieder gut in der Zeit. Das ist was, was wir auch in Georgien gelernt haben, wenn einer ein Projekt hat, dann helfen alle mit, so funktioniert die Kunstszene da und das hat uns tatsächlich in dem Moment gerettet. Abends um 18 Uhr, als die Release-Party begann, Beginn begonnen, waren alle da, hier sieht man es, alle waren da, sogar das Magazin, es war wirklich noch nicht trocken hinter den Ohren, ich kann das mal kurz zeigen, ich hielt es hoch, so wie jetzt und merkte, während ich meine Ansprache hielt, dass ich das Cover verschmiere, also es war wirklich noch die erste Marge, die wir mit nach Deutschland genommen haben, 40 Hefte, die sind total durchgeschlagen. Aber trotzdem war das für uns natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, wir haben nicht nur gelernt, wie man ein Rinkali isst, sondern auch, wie man ein Magazin in weniger als drei Wochen macht. Zum Glück waren wir in Georgien, in Deutschland hätten wir mindestens vier Monate dafür gebraucht. Vielen Dank.